Die Digitalisierung der Kommunikationsbranche bietet zahlreiche Möglichkeiten, unsere Inhalte zielgruppenspezialisch aufzubereiten und über viele verschiedene Kanäle zu verbreiten. Das ist eine Riesenchance für uns, denn so wird die Kommunikation viel lebendiger und viel schneller. Auf der anderen Seite ist dies für uns als professionelle Kommunikatorin auch eine große Herausforderung. Die Kanäle verschmelzen miteinander und sind super schnelllebig. Daher müssen wir jeden Tag aufs Neue herausfinden, welche Kanäle für unser Unternehmen geeignet sind, um unsere Botschaften zielführend zu platzieren.